Es ist nicht wunderbar, dass wir das Wort von Jesus lesen können, auch wenn er nicht leibhaftig hier unter uns ist. Sein Geist ist hier, der uns lehrt, der uns unterweist. Aber wir haben auch das Wort geschrieben, es steht geschrieben. Und das ist so gut. Und wir sind noch in der Bergpredigt, Matthäus 7, Abvers 15. Und da steht etwas, ich weiß nicht, die meisten von euch kennen die Bergpredigt, haben sie vielleicht mehrmals gelesen schon, viel darüber nachgedacht. Wenn man sie so im Zusammenhang liest, dann ist es eigentlich überraschend, dass dieser Abschnitt jetzt hier kommt. Hütet euch vor den falschen Propheten. Jesus hat gerade seinen Dienst angefangen. Er hat seine Jünger berufen, ihm nachzufolgen. Warum muss er sie vor falschen Propheten wahren? Die Bergpredigt ist natürlich nicht nur auf die Situation bezogen, sondern ist Lehre für sie, für ihren weiteren Weg auch. Ist eine Stärkung und Ausrüstung für den weiteren Dienst später auch. Für das, was vor ihnen liegt. In dem Moment, wo Jesus nicht mehr leibhaftig unter ihnen sein wird. Für die Zeit auch der Gemeinde dann, die kommen wird. Und da spielt das Thema falsche Propheten eine wichtige, große Rolle. Jesus hat an dieser Stelle gewarnt. Er hat aber auch an vielen anderen Stellen gewarnt. Zum Beispiel dann auch in der Endzeitrede. Das ist ganz interessant, wenn wir Matthäus 24 nachher sehen. Dann ist das Erste, was Jesus über die Vollendung des Zeitalters sagt. In 24, Vers 5, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Das ist das Erste, wenn es um das Ende der Zeiten geht. Geschwister, und es wird so sein, wir sehen das in Offenbarung 13, dass es dann im Zusammenhang mit dem Auftreten des Antichristen wird auch ein falscher Prophet aufstehen. Das ist sozusagen der falsche Prophet aller falschen Propheten sozusagen. Und das heißt also, dieses ganze Thema ist Jesus wichtig. Es wird das geben. Es werden solche Leute kommen. Und Paulus hat das auch gelehrt in Apostelgeschichte 20, und er hat es ganz insbesondere ans Herz gelegt, den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Als er sie zusammengerufen hat, hat er es insbesondere ihnen ans Herz gelegt. Und so sehen wir hier auch diese Lehre, die Endzeitlehre, die auch an den engsten Jüngerkreis gerichtet ist, diese Aufgabe zu wachen und sozusagen ein Augenmerk darauf zu haben, auf die falschen Propheten, ist insbesondere eine Aufgabe, die die Gemeindeleiter betrifft. Das gilt für alle Jünger, für alle Kinder Gottes, dass sie aufpassen sollen, welcher Lehre sie sich aussetzen. Mal ins heutige Deutsch gesprochen, welchen YouTube-Kanal sie abonnieren. Und es gibt Gutes und es gibt Schlechtes. Es gibt Dinge, die auferbauen und stärken und gut sind. Es gibt Lehrer und Lehren, die gut sind, die auferbauen sind, die stärken sind. Und es gibt Lehren und Lehrer, die verführen. Und das sagt Paulus, wie gesagt, auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, da sagt er im Vers 28, Habt Acht auf euch selbst. Und das hat einen bestimmten Grund, warum er sagt, habt Acht auf euch selbst. Kommen wir gleich zu. Und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Das ist Gottes Werk. Das ist der Heilige Geist, der Leiter, der Aufseher, der Wächter eingesetzt hat in die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes zu hüten. Und das spricht nicht nur über einen Aufpasserjob, sondern das spricht über einen Hirtenjob, einen Hirtendienst. Der Pflege, der Auferbauung, der Stärkung, der Ermutigung. Ja, des Dienstes an den Schafen der Herde Gottes. Die Gemeinde Gottes. Es ist seine Gemeinde. Es ist nicht die Gemeinde von Leitern oder Pastoren oder Ältesten, sondern es ist die Gemeinde Gottes. Sie gehört Gott. Und das ist hier, das sagt Paulus den Ältesten, weil er ihnen deutlich machen will, ihr habt Verantwortung vor Gott, weil es seine Gemeinde ist. Und ihr sollt Acht haben auf euch selbst und auf die ganze Herde, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Da unterstreicht er nochmal, Jesus hat dafür bezahlt. Er hat sein Blut gegeben. Paulus sagt es im ersten Korinther, da gibt es Streit unter euch, da gibt es Spaltung, die einen sagen, ja, wir sind hier die Paulus-Fans und wir sind hier die Apollos-Fans und Paulus sagt, hey, spinnt ihr? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt worden? Was sind wir denn? Wir sind nur Diener. Wir sind nur Mitarbeiter Gottes. Und der eine tut das, der eine pflanzt, der andere begießt. Aber der das Wachstum schenkt, das ist Gott und ihm allein sei die Ehre. Und er steht im Fokus. Das ist seine Gemeinde. Er hat sie durch seine Hingabe am Kreuz für sich erworben. Wir sind die Gemeinde Jesu. Das ist total wichtig. Und dann sagt Paulus, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Paulus hat ja ein prophetisches Wort, eine prophetische Sicht. Die hat aber ihren Ursprung in dem Wort von Jesus, weil er sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. Das ist genau das, was Jesus hier gesagt hat, was Paulus aufgreift. Da kommen Wölfe. Die sind nicht da, um aufzuerbauen. Die sind nicht da, um zu stärken, sondern die sind da, um zu zerstören. Die kommen, um zu zerstören. Die kommen, um zu fressen. Aber dann sagt er in Vers 30 und deswegen sagt er, habt Acht auf euch selbst. Er sagt, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Was ist die Motivation ist? Ich ziehe Menschen hinter mir her. Ich versuche, meinen Dienst groß zu machen. Ich versuche, mich zu promoten. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das heißt, Paulus erinnert sie, die Ältesten, an sein Vorbild. Wie habe ich es euch vorgemacht? Er sagt, er sagt es auch im Korintherbrief, er sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christus nachfolge. Nicht, weil Paulus so ein cooler Typ ist und wir jetzt alle Pauliner sind, Paulaner, sondern, weil wir in Paulus das Werk Christi, des Heiligen Geistes sehen. Es ist der Heilige Geist, dem wir folgen, in dem Vorbild derer, die berufen sind, vom Heiligen Geist eingesetzt sind, Aufseher zu sein. Aber diese Aufseher, auch sie müssen auf sich selbst achten beziehungsweise untereinander aufeinander achten und Paulus sagt der Gemeinde, prüft alles, das Gute behaltet. Er sagt es auch der Gemeinde. Johannes sagt, ihr habt alle den Heiligen Geist, ihr könnt auch alle prüfen. Ihr habt alle das Wort, ihr könnt auch prüfen. Und Jesus sagt es auch hier den Jüngern, sagt es den zukünftigen Leitern, wo Paulus gelernt hat, habt Acht auf euch selbst. Ja, achtet darauf, zuallererst auf euch selbst, auf dein eigenes Herz. Jörg, achte auf dein Herz, dass dein Herz sich nicht überhebt, dass dein Herz nicht abweicht von der Nachfolge des Herrn, dass dein Herz nicht weicht auch von dem guten Vorbild, was du gehabt hast, sondern bleibe dabei, bleibe bei dem, was du gelernt hast, denn du weißt, von wem du gelernt hast und dass du die heiligen Schriften kennst. Das, was Paulus Timotheus mit auf den Weg gegeben hat. Prüft alles, das Gute behaltet, zuallererst in mir selbst. Herr, prüfe mich und erforsche mich. Denn, wisst ihr, Jakobus sagt, die, die in diese Verantwortung hineingestellt worden sind vom Heiligen Geist, sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Das bedeutet, wir haben eine größere Verantwortung vor Gott. Und damit müssen wir richtig umgehen. Und das geht nur, indem wir uns immer wieder selber prüfen. Immer wieder an diesen Punkt kommen und sagen, Herr, bitte, zeig du mir, wo ich auf falschem Wege bin und führe und leite mich auf richtigen Wege. Und dann sagt Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Distelnfeigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Woran erkennt man falsche Propheten? Jesus sagt, an den Früchten. Einen Augenblick, ich muss hier einmal schnell meine Notiz hier aufmachen. Was sind die Früchte? die einen falschen beziehungsweise einen richtigen Propheten auszeichnen. Im Hebräer 13, Vers 15 wird uns gesagt, dass Frucht der Lippen Lobpreis, Anbetung ist, Danksagung. gute Frucht von einem guten Baum ist, wenn jemand nicht sich selber lobt, sondern Gott die Ehre gibt. Wenn jemand mit Danksagung erfüllt ist, das ist gute Frucht. Gute Frucht eines Lebens mit Gott ist Dankbarkeit. ist Lobpreis, ist Anbetung. Du kannst einen falschen Propheten daran erkennen, dass er spärlich damit arbeitet, Gott die Ehre zu geben, dass er keine Dankbarkeit in sich hat. Das ist spürbar, das ist merkbar. aber es ist nicht nur eine Frage des Wortes, es ist nicht nur eine Frage der Lippen, aber du kannst einen schlechten Baum auch an dem schlechten Reden erkennen. Aber dann sagt, ich muss einmal hier gucken, Philippa 4, Vers 17, da geht es um eine Sammlung, die die Gemeinde in Philippi durchgeführt hat und sie haben Geld gesammelt für Paulus und haben es Paulus geschickt, der im Gefängnis war. Und Paulus schreibt im ganzen Kapitel 4 über diese Sammlung und er sagt, ich bin total dankbar, ich freue mich, dass ihr an mich gedacht habt und dass ihr mir Geld gesandt habt. Aber dann sagt er, damit die Gemeinde das richtig versteht. Er sagt, ich sage das nicht, weil ich jetzt was von euch bekommen habe und weil ich gerne was von euch bekommen will. Dann sagt er diesen berühmten Satz, ich kann alles, ich kann viel haben, ich kann wenig haben, ich habe Überfluss, ich habe Mangel, alles kann ich in Christus. Darauf kommt es nicht an, dass ich jetzt viel Geld habe. Aber was mich bewegt, was mich begeistert ist, zu sehen, wie Frucht in eurem Leben entstanden ist, in Freigiebigkeit. Das ist auch Frucht, gute Frucht, woran du einen wahren Propheten erkennen kannst, ein Mensch, der freigiebig ist, der gerne gibt, der nicht für sich selber nimmt, sondern der gerne gibt. dann natürlich die Frucht des Geistes und das ist Charakter. Ein Prophet kannst du erkennen, einen wahren Propheten oder einen falschen Propheten an der Frucht des Geistes in seinem Leben. Und darum ist auch das so wichtig bei der Auswahl eines Ältesten, eines Leiters, wenn du 1. Timotheus 3 liest, da ist es wesentlich, da wird nicht gefragt danach, ob dieser Mensch bestimmte Gaben und Fähigkeiten hat. Das ist wirklich zweitrangig. Das Erste und Wichtigste ist, wonach gefragt ist, was für einen Charakter hat er, was für einen Lebenswandel führt er. Wie zeigt sich in seinem Leben, dass er mit Jesus geht, dass Jesus sein Herr ist, dass Jesus sein König ist. Und das Wichtige ist ja, dass die Aufseher durch den Heiligen Geist eingesetzt werden sollen, sein sollen und der Heilige Geist dadurch die Gemeinde leitet. Der Heilige Geist soll die Gemeinde leiten. Und deswegen braucht es Männer, die vom Heiligen Geist sich leiten lassen. Und das zeigt sich in ihrem Charakter, wie gesagt, ob sie bereit sind, sich formen zu lassen vom Heiligen Geist. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. All diese Dinge sollen sichtbar werden in einem wahren Propheten. Und wenn sie nicht sichtbar sind, wenn da etwas, wenn da die Frucht nicht entwickelt und es geht hier nicht um einen perfekten Charakter. Wenn wir das in Perfektion erwarten, dann wirst du lange suchen, bis du irgendeinen findest und wenn du ihn gefunden hast, dann wirst du feststellen, er ist auch nicht. Weil das ist Jesus hier. Aber Jesus soll Gestalt in uns gewinnen und diejenigen, die ihm Raum geben in ihrem Leben, die geistgeleitet sind, sollen auch die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen oder bekommen. Sie sind von Heiligen Geist eingesetzt. Die wahren Früchte. Und in Matthäus 3, Vers 8 wird uns gesagt, bringt nun der Buße würdige Frucht. All diese Frucht, die entsteht im Leben eines Menschen, hat ihren Ursprung in einer guten Wurzel und die gute Wurzel heißt Buße, heißt Umkehr. Ja, ich bin bereit, meine eigene Krone niederzulegen. Ich bin bereit, mich regieren zu lassen vom Heiligen Geist. Ich ordne mich dem König Jesus unter. Dir gehört mein Leben, dir folge ich. Hier zurück in Matthäus 7 und vielleicht noch eine kurze Abschlussbemerkung einfach. Prüft alles, was ich euch hier weitergebe. Prüft alles, was euch Leiter und Älteste weitergeben, behaltet das Gute. Und wenn da ernsthafte Zweifel da sind, dass da ein Wolf im Schafskleid sich versteckt hat, dann sprecht es an. Wir sind, wir haben als Älteste die Aufgabe, aufeinander zu achten und auf die ganze Herde. Wir gehen weiter in Vers 21, Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Das ist so ein krasses Wort hier. Und es macht deutlich, Jesus geht es nicht um einfach Lippenbekenntnisse. Ihm geht es um unser Herz und um unser ganzes Sein. Es geht, und das ist das Entscheidende, wer den Willen meines Vaters tut. Wer den Willen meines Vaters tut. Dafür ist es unheimlich wichtig, dass wir den Willen Gottes kennen, oder? Deswegen sagt Paulus in Epheser 5, Vers 17 sagt er, seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und wir lesen im Wort immer wieder an bestimmten Stellen, das ist der Wille, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Oder sagt Dank in allem, das ist der Wille Gottes für euch. Es gibt an vielen Stellen, gibt es ganz konkret, wenn es um den Willen Gottes geht. Und deswegen ist es wichtig, die Bibel zu studieren, weil sonst verpasst du das. Du rauschst am Ziel vorbei, weil du den Willen Gottes nicht kennst für dein Leben. Es ist fundamental wichtig, dass du das Wort Gottes kennst, weil du sonst den Willen Gottes nicht kennst. Und wenn du den Willen Gottes nicht kennst, dann sagst du Herr, Herr, aber am Ende sagt Jesus diese Worte hier zu dir. Lass das nicht geschehen, studiere das Wort, lerne den Willen Gottes, bleib nicht dumm, lerne den Willen Gottes für dein Leben kennen. Und wie gesagt, das Wort ist ganz wichtig dabei, das hilft uns, den Willen Gottes kennenzulernen. Aber Gott hat auch noch weitere Wege, uns den Willen Gottes für unser ganz persönliches Leben zu zeigen. Und das ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und das wird hier deutlich. Hier in Vers 22 steht nämlich, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweiss sagt. Das steht doch im Wort, das ist doch eine Gabe des Heiligen Geistes. Das habe ich doch ausgeübt, in deinem Namen habe ich das doch gemacht. Ich habe doch deinen Willen Dämonen ausgetrieben. Das ist doch dein Wille, dass Menschen frei werden von dämonischer Besessenheit, von Finsternis. Das haben wir doch gemacht in deinem Namen. Das ist doch dein Wille. Und durch deinen Namen haben wir viele Wunderwerke getan. Das sind krasse Leute. Das sind ober krasse super begabte charismatische Persönlichkeiten, die einen krassen Dienst voll verrichtet haben. Und sie sagen das Herr, Herr, haben wir nicht. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir ihr Übeltäter. Das zeigt uns worum geht es. Ja, es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Dafür muss ich den Willen Gottes kennen. Aber um den Willen Gottes zu kennen, muss ich Jesus persönlich kennen. Das geht nicht, dass ich einfach nur eine Anleitung befolge, dass ich mir irgendwie was anlese. Ja, okay, das ist der Wille Gott und das mache ich jetzt. Dass ich irgendwie eine fromme Karriere mache. All das ist nichts für Jesus. Ich muss ihn kennen. Ich muss mit ihm unterwegs sein. Das will Jesus. Er will mein Herz. Komm, geh mit mir. Das ist das, was er den Jüngern am Anfang gesagt hat. Komm, folge mir nach. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Kein ausgearbeitetes Programm. zusammen. Okay, wie werde ich zum Missionar, wie werde ich zum Pastor, wie werde ich zur mächtigen Frau Gottes, zur mächtigen Mann Gottes. Nein. Komm, geh mit mir. Lass uns zusammen gehen. Und dann lerne mich kennen. Lerne mich kennen. Und das ist das, was die Jünger gemacht haben. Sie sind mit ihm gegangen. Und all die, die so viel Gutes getan haben, aber nicht mit Jesus gegangen sind, sind Übeltäter. Das ist krass. Jesus konnte richtig krass sein. In dem, was er gesagt hat. Ihr Übeltäter, weicht von mir. Wieso? Wir haben doch vollmächtig in deinem Namen gewirkt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Herr, Herr, weicht von mir, ihr Übeltäter. Warum? Ihr seid nicht mit mir gegangen. Ihr habt keine Beziehung mit mir gehabt. Richtig, es ging darum, dass die Jünger wollten, Herr, der soll nicht weitermachen. und Paulus hat auch gesagt, wenn die Leute das Evangelium aus fleischlichen Gründen verkünden, ist es mir egal. Hauptsache, Jesus wird verkündet. Aber die Auswirkungen für diese Menschen, die können sehr dramatisch sein, wie wir hier lesen. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, sagt Jesus. An der Stelle, die du zitiert hast, sagt er, wer nicht mit euch ist, der ist nicht gegen euch. Es geht darum, um diese Motivation, die die Jünger hatten, das muss unterbleiben, der ist ja nicht von uns. Aber hier geht es um meine Beziehung zu Jesus. Ist er mein Herr, ist er mein König, folge ich ihm nach, gehe ich mit ihm, kenne ich ihn, kennt er mich, hat er mich erkannt. Ich habe euch niemals gegründet. Das spricht auch von dem Zulassen, und das ist es, es zulassen, prüfe mich her, erkenne, wie ich es meine. Ich möchte, dass du mich erkennst. Das ist das Ringen im Psalm 139, ganz interessant. Am Anfang sagt David nämlich, ja, du kennst mich, du erkennst mich, Gott. Und am Ende sagt er, ja, erkenne mich. Weil er sagt dann auch zwischendurch, ich würde am liebsten wegrennen. Diese Erkenntnis, das ist krass. Und wenn ich weglaufe vor dir, das geht ja sowieso nicht. Und dann kommt er aber zu dem Schluss, ja, ich will das, ich will, dass du mich erkennst. Ich will, dass du mich durchleuchtest. Ja, und wenn da sind, die mir nicht gefallen. Ich will das zulassen, weil ich weiß, du bist gut, du machst Gutes, du wirst mich reinigen, du wirst mich erneuern, du wirst mich zu einem Menschenfischer machen. Ich vertraue dir, ich lasse es zu, dass du mich erkennst. Weiter Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Stürmer, komm, hier steht es dann, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet, fest gegründet, ich stehe auf dem Felsen, mein Leben ist auf dem Felsen gebaut, da kann rütteln und schütteln was will, Anfechtung Versuchung Stürme Schicksalsschläge Krieg Angst vor Krieg Kriegsgerüchte Atombomben Kriegsgerüchte Seuchen alles was in dieser Endzeit über diese Erde hinweg fegt all das kann kommen und wir sind fest gegründet, weil wir das Wort Jesu nicht nur kennen, sondern weil wir darin leben, weil wir darin wandeln weil es für uns oberste Priorität hat nicht das was irgendwelche Politiker sagen, nicht das was irgendwelche weltlichen Lehrer sagen, irgendwelche weltlichen Gurus, irgendwelche Experten, nein, das was Jesus sagt, das hat für uns das höchste Gewicht. Gottes Wort hat höchste Priorität in unserem Leben und wir folgen dem, wir setzen das in die Tat um. Das heißt nicht, dass wir das perfekt umsetzen, wir sind schwach, wir erkennen nicht immer alles, wir sind am Lernen, er ist geduldig mit uns, er lehrt uns, aber wir nehmen das ernst, wir wollen mit Jesus leben, wir wollen mit Jesus gehen und deswegen ist unser Haus festgebaut auf Felsen, das wird nicht wanken, egal was in deinem Leben kommt, ob du irgendwann mal die Diagnose kriegst, Krebs, ob du irgendwann mal von deinem Chef gesagt, es tut mir leid, wir müssen sie leider rausschmeißen, wegrationalisiert, wenn was auch immer in dein Leben hineinkommt, es wird dich nicht, es wird dein Haus nicht zum Einsturz bringen, weil du einen ganz anderen Grund hast, auf dem dein Leben gebaut ist. jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem Törichtmann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute, in der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Ja, ich habe gesagt, wie wunderbar ist es, dass wir Jesus Worte haben, oder? Es ist es auch, es ist echt wunderbar, wir können unser Leben darauf bauen und es ist ein fester Fels, aber was passiert, wenn wir es in den Wind schlagen, wenn wir es zur Seite packen, wenn wir es nicht ernst nehmen, dann haben wir auf Sand gebaut. Es reicht nicht einfach nur das Wort zu lesen, das Wort zu hören, sondern es in das Herz aufzunehmen, dass es arbeitet und wirkt und seine Frucht bringt in unserem Leben. Das ist das Entscheidende und dafür können wir auch beten, dass Gott das hatte ich auch vergessen in Bezug auf den Willen Gottes, da gibt es in Kolosser 1 Vers 9 so eine schöne Stelle, Paulus betet dafür, dass die Gemeinde den Willen Gottes erkennt. Wir können dafür beten, Herr zeig mir das, ich bin doch ein dummes Schäfchen, aber du kannst es mir zeigen, du kannst mich lehren. Und Jakobus sagt, Gott macht niemandem Vorgewurf, wenn er keine Weisheit hat. Er gibt so gerne, lass uns im Vertrauen als Kinder Gottes bitten. Und das haben die Jünger auch immer gemacht. Die ganze Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs waren, sie haben irgendwas nicht verstanden, was haben sie gemacht? Jesus, was bedeutet das und was soll das? Verstehen wir jetzt nicht. Und er hat es ihnen erklärt. Er macht keine Vorwürfe. Vers 28 Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ja, diese Lehre, die er hier weitergibt, die ist mit Vollmacht ausgestattet. Er ist der König, der König selbst lehrt uns hier. Der König selbst, der Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst spricht hier und lehrt uns. Und sein Wort hat Kraft, in uns etwas zu verändern. Wenn wir es denn zulassen, wenn wir unser Herz dafür öffnen, dann verändert das unser Leben. Matthäus 8, Vers 1 Jetzt kommen zwei Kapitel, wo Matthäus jetzt hat er drei Kapitel ausführlich die Lehre von Jesus dargestellt, anhand dieser Bergpredigt, die er gehalten hat. Jetzt erzählt er von den Heilungen, von einzelnen Heilungen. Er gibt viele verschiedene Beispiele von dem, wie Jesus geheilt hat. Er fasst das sehr kurz zusammen. Wenn ihr die Geschichten ausführlicher lesen wollt, dann könnt ihr das im Markus Evangelium. Markus hat viel mehr ausführlicher die Geschichten erzählt. Markus fasst das hier kurz zusammen, um uns einen Überblick zu geben, über das, wie Jesus geheilt hat und was er alles für mächtige Taten getan hat, um als Zeichen darzustellen, dass er der Messias ist und dass sein Werk ein Heilswerk ist. Heilung, Reinigung, Befreiung. Kapitel 8, Vers 1. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Hier ist einer, der sagt nicht nur Herr, sondern der meint es auch so. Er liefert sich Jesus vollkommen aus. Er wirft sich vor ihm nieder. Er schmeißt sich selbst vor Jesus hin. Das ist auch ein Zeichen der Unterwerfung. Herr, wenn du willst, es kommt auf deinen Willen an. Aber es sagt auch, es ist ein großer Glaube, der hier drin steckt. Was du willst, Herr, das kannst du auch tun. Was du willst, das kannst du tun. Der Mensch hier hat einen großen Glauben. Wenn du willst, dann kannst du mich reinigen von dieser furchtbaren Krankheit, die mich befallen hat und die mich ein Aussätzigen sein lässt. Das Wort Aussätziger spricht ja für sich selber im Deutschen. Du kannst mich reinigen. Ich bin unrein, aber du kannst mich reinigen. Und deswegen ist dieses Bild des Aussatzes auch ein Bild für die Sünde. Ja, ich bin unrein. Jesaja hat es gesagt, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, unter Menschen mit unreinen Lippen. Und Gott sendet einen Engel, um ihn zu reinigen. Und hier sagt der Aussätzige, reinige mich, ich brauche Reinigung. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an, erfasste ihn an, diesen unreinen Menschen, erfasste ihn an, obwohl er dadurch eigentlich unrein wurde, selber unrein wurde. Aber das Wunder ist, dass seine Reinheit diesen unreinen Menschen reinigt. Nicht die Unreinheit ist stärker und geht auf Jesus über, sondern seine Reinheit geht auf diesen unreinen Menschen über und er wird gereinigt, er wird geheilt. Er rührte ihn an und sprach, ich will. Der Aussätzige überlässt es dem Willen des Herrn, ob er handeln will oder nicht. Aber Jesus wird uns hier gezeigt in Matthäus. Matthäus hat ihn so erlebt, er hatte gesehen, ja, Jesus will, er läuft nicht weg vor dem unreinen Aussätzigen, um sich selber reinzuhalten, sondern er geht ran an diesen unreinen Aussätzigen und er fasst ihn sogar an, weil er will ihn reinigen und er kann es auch. Ich will, sei gereinigt und zugleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angehautet hat, ihnen zum Zeugnis. Und hier sehen wir die Frucht, die gute Frucht des wahren Propheten, des echten, des Sohnes Gottes. Wisst ihr, er macht keine Self-Promotion, nein, sogar das Gegenteil, sagt es niemandem. Und er sagt, ordne dich dem Gesetz Gottes unter. Er ordnet sich dem Gesetz des Vaters unter. Er sagt nicht, ja, jetzt bist du gereinigt, Halleluja, alles klasse, super, jetzt kommst du mit mir und wir machen hier die Väter und so. Nein, er ordnet sich dem Gesetz in Israel unter. Er achtet und respektiert das Gesetz. Er achtet die Priesterschaft, obwohl sie verkommen sind, obwohl sie korrupt sind, obwohl sie, er achtet und respektiert das. Er ordnet sich unter. Und er fordert auch den Aussätzigen auf, dazu ordnet dich unter. Und es ist auch ein Zeugnis, weil der Priester, die waren darin geschult, Aussatz zu untersuchen. Und Jesus hat gesagt, geh zum Priester, lass dich untersuchen, stell dich der Untersuchung, der peinlichen, genauen Untersuchung, damit offenbar wird, dass eine Heilungswunde an dir geschehen ist. Ja? Wenn du krank bist und du bist geheilt worden, geh trotzdem, du hattest einen Arzttermin, geh trotzdem zum Arzt und lass es dir bescheinigen, dass du geheilt bist. Mach das. Es wird zum Zeugnis für die Priester. Es wird zum Zeugnis für die Ärzte. Vers 5, Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat. Ein Hauptmann, ein Römer, ein Heide, der Hauptmann von Kapernaum. Er kommt zu Jesus und bittet ihn. Jesus hatte so etwas Anziehendes, nicht nur für Juden, sondern auch für Heiden, für Römer, für den römischen Soldaten. War nicht abstoßend. Und er sprach, Herr, auch hier, er ordnet sich unter, obwohl er der Hauptmann ist und ein römischer Hauptmann und befehlen könnte vielleicht, sagen könnte, hier, wenn du jetzt nicht kommst und meinen Diener heilst, dann, nein, er bittet, sagt Herr zu ihm, obwohl die Römer die Herren sind im Lande. Mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Wieder dieses ich will, ich will kommen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Auch hier wieder dieses Zeichen von einer echten Demut, von einer echten Unterordnung. Ich bin nicht würdig. Wieso? Du bist doch der Hauptmann von Kapernaum, du bist doch hier die höchste Instanz in der Stadt. Du bist doch der mächtigste Mann. Nein, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und auch dieser Glaube. Du erklärt das jetzt hier auch. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem geh hin und er geht. Und zu einem anderen komm und er kommt. Und zu meinem Knecht tu dies und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Da hat Matthäus gleich seinen Stift gezückt. Sehen wir bei The Chosen immer, dass er seine Notizen gemacht hat. Ich weiß nicht, wie das kann ja sein. Vielleicht ist es wirklich so gewesen. Aber da hat immer wenn Jesus gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, da hat Matthäus gedacht, oh, jetzt muss ich aufschreiben. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und der Glaube speist sich aus dieser Erkenntnis, ja, ich als Soldat, ich habe Befehlsgewalt über Menschen unter mir und andere haben Befehlsgewalt über mich. Und ich sehe genau dasselbe in deinem Leben, Jesus. Das, was wir gesehen haben, diese Unterordnung unter dem Vater, das hat Jesus so krass durchgezogen von Anfang bis Ende seines Lebens. Wie Paulus sagt, er war gehorsam dem Vater. Bis zum Tod am Kreuz hat er sich untergeordnet. Wie er im Garten Gizemann nie gebetet hat, oder? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Auch wenn das für mich Schmerzen und Leiden bedeutet, wenn das den Tod für mich bedeutet, den schandhaften Tod am Kreuz, den Tod eines Sünders, den Tod eines Schwerverbrechers, vor allen nackt ausgezogen, der Schande preisgegeben, den Schmerz, der Qual. Ich bin bereit, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und das hat der Hauptmann auch in Jesus gesehen, die Unterordnung unter dem Vater und gleichzeitig die Macht Jesu über Krankheiten, über alle Dinge dieser Welt zu bestimmen, zu sagen, weiche und es weicht. Sprich nur ein Wort, sagt er. Wahrlich und in Israel habe ich bei keinem so großen Glauben gefunden. Und dann Vers 11, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das ist eine krasse Aussage auch wieder. Jesus spricht hier über das Reich der Himmel, über das Reich Gottes, das Königreich Gottes und er sagt, es ist wie ein Fest, da liegen wir zu Tisch. Also ich freue mich drauf, das zu erleben, wir sitzen ja immer am Tisch, aber bei Jesus dann im Reich Gottes, da werden wir zu Tisch liegen. Es wird ganz gemütlich sein und er sagt, ja, Abraham, Isak und Jakob liegen da. Die werden daran teilhaben, sie sind auch mit dabei, sie gehören mit zu denen. In einer späteren Stelle sagt er, ja, Abraham, wenn Gott sich der Gott Abrahams nennt, dann zeigt das, dass Abraham lebt, dass er nicht tot ist, dass er nicht verloren ist, sondern dass er lebendig ist. Und er wird auferstehen, er wird sichtbar sein für uns alle. Wir werden Abraham kennenlernen. Wir werden Abraham kennenlernen, wir werden ihn befragen. Wie hast du das hingekriegt damals, als Gott gesagt hat, was ist da in dir vorgegangen, als Gott gesagt hat, opfere mir deinen einzigen Sohn. Was ist da in dir vorgegangen? Ich weiß nicht, ob es solche Gespräche geben wird, ob wir sowas, ist alles Spekulation. Aber wir werden mit ihnen zusammen sein, zusammen essen, Gemeinschaft haben, wir werden sie sehen, wir werden nicht nur Jesus sehen, ja, das ist das Höchste, das Größte, wir werden mit unserem Herrn Jesus zusammen sein, das ist das Größte. Aber da gibt es viel, im Reich Gottes gibt es viel zu entdecken, viele Menschen kennen zu lernen. Viele von Osten und Westen, und damit sagt Jesus, er greift dem voraus, was in der Geschichte passiert ist. Jesus war so ein kleiner Wanderprediger in Israel und er hat gesagt, ja, alle werden überall, von überall her werden sie kommen und zu Tisch liegen und es ist so gekommen. Aber dann sagt er diesen schweren Satz, die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Er sagt, und wer ist mit den Söhnen oder den Kindern des Reiches gemeint. Er meint damit diejenigen, denen es eigentlich bestimmt ist. Dem Volk Israel, dem es eigentlich bestimmt ist, viele von ihnen werden nicht dabei sein, weil sie diese Unterordnung unter den König Gottes nicht getan haben, weil sie sich nicht ihrem König untergeordnet haben, weil sie ihn nicht angenommen, weil sie sein Wort nicht in ihr Herz aufgenommen haben, weil sie nicht nach dem Willen Gottes gesucht und gefragt haben, sondern weil sie ihr eigenes Reich gebaut haben. Und dann fällt dieses Haus zusammen, weil es auf Sand gebaut ist. Und das ist eine traurige Geschichte. Sie gehört zum Leben dazu. Jesus lässt es nicht aus. Es wird passieren, da werden Menschen sein. Da wird weinen und Zähneknirschen sein. Wird das das Fest irgendwie in irgendeiner Weise traurig machen? Nein. Weil wir werden zutiefst erkennen, diese Bindungen, die wir als Menschen so untereinander haben. Jesus ist gekommen, um das, was gebunden ist, zu lösen. Und zwar, versteht mich richtig, um diese Bindung, die wir haben an Menschen, die größer ist als die Bindung an den Heiligen Gott. diese Bindungen müssen gelöst werden, diese müssen durchtrennt werden. Weil der Heilige Gott, er ist die Liebe selbst. Und die Liebe, die uns bindet an Menschen, das ist fleischliche Liebe. Wir erhoffen uns, wir erwarten etwas von diesen Menschen und wir oder diese Menschen erwarten etwas von uns, was wir ihnen nicht geben können. Diese hundertprozentige totale Annahme, diese Vergebung, diese Gnade, diese Heil, das Heil. Wir sind keine Heilsbringer als Menschen. Ich bin kein Heilsbringer und kein anderer kann mir das Heil bringen. Nur Jesus kann es mir bringen. Deswegen müssen diese Bindungen gelöst werden, damit der Bund geschlossen werden kann mit Jesus. Deswegen sagt Jesus, komm, folge mir nach. Verlass Vater und Mutter. Verlass dein Haus. Hat er zu Abraham gesagt, oder? Verlass deine Heimat. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann werden diese Bindungen gelöst. Und das heißt nicht, dass wir dann lieblos sind und kalt gegenüber den Menschen, an die wir vorher in falscher Weise gebunden waren, nein, wir können Bindungen aufbauen zu ihnen auf die Art und Weise, wie es in der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist geschehen soll und muss. In der Freiheit, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und zwar die Freiheit, immer Gottes Willen zu tun. Immer Gottes Willen zu tun. Und mich nicht manipulieren zu lassen von Menschen, ihren Willen zu tun oder oder aber dass ich meinen Willen tue gegen den Willen Gottes. Der Wille Gottes ist, dass ich liebe, dass ich liebe über meinen Mitmenschen gegenüber, auch meinen Eltern, meine Eltern ehre, sie achte, für sie sorge, mich um sie kümmere, meinen Ehepartner, meine Kinder, ja, aber nicht in falscher fleischlicher Bindung. Wenn ihr mich nicht versteht oder verstanden habt, könnt ihr mich hinterher noch mal fragen. Ich muss weitermachen, damit wir das Kapitel noch zu Ende kriegen. Und als Jesus, ach so, nee, das Wichtigste haben wir ja vergessen, Vers 13, und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Oh, so ein krasses Wort, oder? Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Er sagt an anderer Stelle auch, dein Glaube hat dich gerettet. Und Glaube ist nicht zu verstehen als so eine mentale Fähigkeit, eine mentale Macht. Ich habe Glauben, und jetzt versetze ich Berge. Der Glaube, von dem Jesus spricht, ist immer ein Glaube, der bezogen ist auf jemand, und zwar auf jemand anders, nicht auf mich selbst, glaub an dich selbst. Dein Glaube. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, wie du die Hoffnung, den Glauben, den du in mich gesetzt hast, dieses Einwort spricht er, und es geschieht. Er ist nämlich der Schöpfergott, der ein Wort spricht und eine ganze Welt entsteht. Ich glaube das. Ein Wort sprichst du, und es wird geschehen. Und er sagt, ja, dir soll es geschehen. Und das brauchen wir. Geschwister, lasst uns darin üben, Gott zu vertrauen, Jesus zu vertrauen in unseren Gebeten. Und der Hauptmann bittet ja gar nicht für sich selbst. Er betet für seinen Knecht, für seinen Diener, für seinen Angestellten. Um Heilung. Und Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. auf das Wort Jesu hin. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Eine ganz kleine Episode, ein bisschen fieberkrank, die arme Schwiegermutter liegt da nieder. Ja, aber auch sie fasst er an. Er läuft nicht weg und hält Quarantäne, irgendwie ein, sondern ja, das ist schon krass. Also auch vor den Viren hat er keine Angst und er rührt ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Die Berührung, wisst ihr, die Berührung ist so wichtig, auch in der Krankheit, in der Not, in der Einsamkeit, der Aussätzige, wie hat er sich danach gesehen, berührt zu werden. Und durch die Berührung geht Kraft aus, von der Berührung geht Kraft aus, das ist die Liebe, die Kraft der Liebe, die heilt. Und sie stand auf und diente ihm und das ist so toll zu sehen. Also sie wird gesund und das Erste, was sie tut, ist, sie steht auf und fängt an irgendwie Essen zu kochen oder was weiß ich. das Wort, was hier steht, sie stand auf, ist übrigens dasselbe Wort wie Auferstehung. Sie hat eine Auferstehung erlebt. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Sein Wort hat Kraft. Auch die Dämonen müssen weichen. Geschwister, auch uns ist verheißen, dass wir Dämonen austreiben können, dass wir dem Satan Einhalt gebieten können. Wo wir in unserem geistlichen Empfinden merken, wir haben es hier mit bösen Mächten zu tun können, dürfen, sollen wir gebieten. Satan weiche in Jesu Namen. Und uns wird gesagt, widersteh dem Teufel und er wird vor dir fliehen. Widersteht im Glauben dem Teufel, sagt Petrus. Und das bedeutet, dieses Vertrauen in Jesus, in seine Macht, in seine Stärke, er kann den Widersacher überwinden. und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das ist hier das sechste Mal, dass Matthäus von der Erfüllung der Schrift spricht. Und das ist ein so wichtiger zentraler Verweis, weil es hier um Jesaja 53 geht. Das ist der Knecht Gottes. Und darin steckt etwas, und lass uns das vielleicht zum Schluss aufschlagen, wir werden das Kapitel nicht zu Ende machen, sondern hier jetzt stoppen, aber Jesaja 53, damit wollen wir schließen. Es fängt eigentlich an in Jesaja 52 Vers 13 Siehe mein Knecht. In meiner Übersetzung ist es hier auch überschrieben mit dem vierten Lied der Knecht Gottes. Gottes Knechts Lieder sagt man dazu. Es gibt so mehrere Passagen in den späteren Jesaja Kapiteln, die über den Knecht Gottes reden. Und hier wird auch siehe, schau, sagt Jesaja, guck mal, er hat eine Vision, er sieht den Knecht Gottes, den Diener Gottes. Und dann in Jesaja 53 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut oder bekannt, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Gerade dieser Verweis darauf, dass er mit Leiden vertraut war, würde ich dahin deuten, dass diese Passage nicht nur auf Christus am Kreuz bezogen ist, sondern auf sein ganzes Leben. Er war damit vertraut, mit Schmerzen. Ich glaube, dass diese Passage uns gute Gründe gibt, anzunehmen, dass Jesus auch krank war. Warum sollte es ihm erspart geblieben sein, einen Husten zu haben, einen Schnupfen zu haben? Er war Mensch, wie wir alle. Schmerzen des Kreuzes zu haben, nach der Arbeit. All das hat Jesus gekannt. Er hat Hunger gespürt, Durst gespürt, er war müde. Wir lesen all diese Dinge über sein Menschsein und hier lesen wir auch, dass er mit Leiden vertraut war. Er kannte Schmerzen auch. Es war ihm nicht unbekannt. Er war damit vertraut. Ein Mann der Schmerzen. Und dann sagt er, er war so schlimm, sah er dann aus. das ist natürlich bezogen dann auch in extrem erfüllt sich das dann am Kreuz. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und da schließt Jesaja sich ein. In dieser Vision sieht er sich mittendrin, was wir singen. Ich sehe mich bei den Spöttern stehen. Mittendrin bin ich auch dabei. Wir, das Volk Gottes, wir haben ihn verachtet. Gott Jedoch unsere Leiden oder wörtlich steht hier unsere Krankheiten und das zitiert Matthäus an dieser Stelle. Er bezieht es auf die Krankheiten, die Folgen unserer Sünde. Das ist auch Krankheit bis hin zum Tod. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und das bedeutet, Jesus hat sozusagen, wenn er die Menschen geheilt hat, er hat tatsächlich diese Unreinheit in sich aufgenommen. Die Unreinheit des Aussätzigen hat er weggetragen. Er hat sie ihm abgenommen und auf sich genommen. Er hat seine Sünde von ihm weggenommen und auf sich genommen und hat sie dann ans Kreuz getragen. So verstehe ich das, wie Matthäus das hier zitiert. Er sagt, ja, in diesen ganzen Dingen, die er den Menschen getan hat, wo er die Menschen berührt hat, wo er sie angesteckt hat mit seiner Heiligkeit, mit seiner Reinheit, wo er sie geheilt, wo er Heilung und Heil in ihr Leben hineingebracht hat, was ist im Gegenzug passiert? Das Unheil ist auf ihn gekommen. Er hat es auf sich genommen und er hat es ans Kreuz getragen. Dein und mein, meine Unreinheit, meine Sünde hat er ans Kreuz getragen, damit ich sein Heil empfange. Lass uns beten. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du der Verachtete geworden bist, der Knecht Gottes, der sich erniedrigt hat, bis zum Tod am Kreuz. Ja, und das ist die Frucht, von der wir alle leben, die Frucht deiner Agape-Liebe, die sich, ja, wo du dich hingegeben hast, bis zum Äußersten gegangen bist, um unsere Schuld auf dich zu nehmen, unsere Sünde, unser Unheil, um uns heil zu bringen. diese Selbstlosigkeit, diese Unterordnung unter dem Vater, die totale Loyalität gegenüber dem heiligen Gott und ja, die unbedingte Treue zu dem Auftrag, den er dir gegeben hat, aber auch diese Liebe zu uns verlorenen Sündern, Herr, es ist so unfassbar, Herr, wir preisen dich, wir beten dich an, verdanken dir für diese Gnade, in der wir leben dürfen, ja, offenbare du uns noch mehr dein Charakter, dein Wesen, dass es noch mehr in uns Gestalt gewinnt, Herr, dass auch in uns gute Frucht wächst, durch deine Liebe, Jesus, wir so auch zum Segen werden können, zueinander, untereinander, Jesus, und für andere Menschen, dass wir einen Kanal deines Segens, deiner Heilung, deines Heils werden können, danke, dass deine Liebe Macht hat, dein Wort Macht hat, Herr, und wir preisen dich, dass du uns diese ewige Freude, Herr, dass du sie uns errungen hast, durch deine Hingabe, dass wir liegen werden mit Abraham, Isaac und Jakob im Reich Gottes, mit dir zusammen, das ist das Höchste und das Wichtigste und das Größte, ja, wir preisen dich und bitten dich, dass du uns segnest, dass du hilfst, dass dein Wort wirklich tief in unsere Herzen verankert wird und wir, ja, deinem Wort auch folgen, Herr, dass wir das ernst nehmen und, ja, dass wir gute Baumeister sind für unser Leben, Herr, Amen.